Der kreative und spielerische Einsatz dieser magischen Drachenkarten setzt tiefgreifende Prozesse in Gang. Sie unterstützen dich auf deinem Weg zu mehr Bewusstsein. Die Farben, Formen und die darin enthaltene Symbolik wirkt auf dein emotionales Zentrum im Gehirn und setzt eine Wandlung bezüglich des aspektierten Themas in Gang. Auf der Rückseite jeder Karte steht eine ausführliche mystische Botschaft, die dir bei deiner Transformation noch mehr helfen kann. Aus den zwölf unterschiedlichen Farbenmotiven der Drachenillustrationen kannst du deine Tages-, Wochen- oder Monatskarte ziehen. Stelle diese gut sichtbar an deinem Arbeitsplatz, an deinem Meditationsplatz oder einem anderen Ort, der für dich eine besondere Bedeutung hat. Nimm dir bewusst jeden Tag Zeit für dich. Widme dich dem Thema, das sich in den Karten gezeigt hat. Mach dir hierzu Notizen, führe ein Drachentagebuch, sammle Ideen für deinen Prozess. Dies alles wird dir tiefere Erkenntnis ermöglichen. So kannst du auf eine sehr kreative und spielerische Weise viel Wandlung in deinem Leben bewirken und unterstützen. Aus drei Schilder